Ausfallschritt Aufrecht stehen, Beine auf Schulterbreite gespreizt. Einen Schritt nach vorn und dabei den Oberkörper so gerade wie möglich halten. Das Knie des vorgestreckten Beins bis zur Bildung eines leicht spitzen oder geraden Winkels beugen. Durch Druckauschübung auf das vorgestreckte Bein in die Ausgangsposition zurückkehren. Die Weite des nach Form ausfallenden Schrittes beeinflusst die Verteilung der Arbeitslast auf die einzelnen Muskelgruppen. Diese Übung kann auf zwei verschiedene Weisen ausgeführt werden. 1. Mit kurzem Schritt, große Beanspruchung des vierköpfigen Oberschenkelmuskels und reduzierter Arbeitslast auf die Gesäßmuskeln. 2. Mit langem Schritt, große Beanspruchung des großen Gesäßmuskels und der hinteren Oberschenkelmuskeln mit Streckung des geraden Oberschenkelmuskels, des rückwesetzten Glieds. Häufige Fehler 1. Das Knie des rückwesetzten Beins auf den Boden auflegen. 2. Den Rücken krümmen, nachdem der Schritt nach Form ausgeführt wurde. 3. Zu große Weite der Beine, was zu einer instabilen Haltung, sowie zu Gleichgewichtsproblemen während der Ausübung führt. 4. 4. 13. 14. 15. 15. 15.